Hey und willkommen zu einer kleinen Runde Virtual Reality, heute mit dem Spiel Boneworks VR. Bewerte den Part und wie immer viel Spaß! Und weiter geht's. Da kann man leider nicht drüberjumpen. Man könnte auch einen Fass mitnehmen oder so. Den Hammer stecke ich weg. Und genau. Man kann natürlich auch so machen, falls das geht. Ja. Ein bisschen friemelig. Alles klar, dreh dich halt noch mehr. Alter. Okay, das ist wirklich... Ich setze mich mal. Jetzt sitze ich einfach und schiebe das Teil nach vorne. Hallo. Bitte nicht aus Versehener durchschießen. Das wäre ziemlich unfair. Ich habe nämlich keine Waffe. Vor allem, wie soll ich das denn drehen hier? Das ist ja fast unmöglich. Oh nein. Uff. Heidewitzka. Und diese doofen Stangen da. Da fand ich meine andere Methode wirklich besser. Nein, 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 nein. Ich bin down. Das war's. Guten Abend. Tschüss. Bis später. Ich krabbel. Ich krabbel. Kann ich dich mitnehmen? Oh, das könnte ich sogar. Okay. Dann umarme ich dich. Und... Ja, dann machen wir das so. Das muss sehr merkwürdig aussehen aus der Ferne. Aber solange es funktioniert, ist mir das alles egal. Ey, das ist ja noch geiler als das andere Mal. Pff. Oh nein. Jemand fand fast mit. Oh nein. Einmal hier durch. Ja, ja, ja. Alles gut. Alles gut. Ich bin friedlich. Er ist umgekippt. Nein, nein, nein. Oh, oh, oh. Er deaktiviert sich automatisch. Da ist er, mein bester Freund. Hat sich doch gelohnt, dafür nochmal bis hierhin zu spielen. Dann komm mit. Wir machen dasselbe nochmal. Inventory. Schlüssel. Da rein. Hä? What? Jetzt bist du aktiv? Wie vorsichtig war ich beim... Ups. Jetzt mal. Ach, da ist die Vorderseite. Warte mal, ja? Junge, warte. Geduld. Es ist... Also, es wiegt wirklich viel. Oh Gott. Er will nämlich jetzt umbringen hier, ne? Er kommt da nicht hoch. Guckt ihn euch an. Nein, 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 nein. Okay, so. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Was bist du für ein Trottel? Ha! Was war das denn? Was da? Nö. Der liegt natürlich noch hier nochmal in die Beine. Das war's jetzt, ne? Das war's. Der ist doch gestört, der Junge. Oh, oh. Oh, oh. Der... Oh. Der wollte sich gerade rächen. Was lässt du da fallen? Ist das Geld? Das sieht aus wie Geld. Jetzt... Ach, gib's mir doch. Ach, Mann. So. Nee, ups. Oh, nee. Nein. Nichts Falsches drücken. Die Richtung gefällt mir gar nicht. So, dann deaktiviere ich euch. Ihr könnt jetzt gar nichts mehr machen. Und er bewegt sich auch. Hä, was ist denn? Ah, nee, er bleibt da stehen. Okay. Ich dachte schon, was ist denn hier falsch? Tadah. Das war's. Und das einmal hoch. Bitte. Einmal, einmal richtig hoch. Und natürlich auch ganz vorsichtig. Die Axt. Ja, und dann schiebe ich das da mal rein. So, das geht da rein. Bitte sei noch da. Ja, danke. Bin sehr gespannt, was sich hier drin befindet. Das bohren jetzt alle. Ach. Was? Warum tötet ihr meine Freunde? Hä? Da wie auch angekrochen kommt. Was ist denn mit deinem Hals los? Naja, okay. Ist nicht mein Problem. Ich dachte, ihr wollt mich. Scheinbar doch nicht. Das sieht sehr friedlich aus. Oh. Ja. Oh mein Gott. Habe ich überhaupt Geld? Das hätte ich gerne. Nein. Ich habe halt keine Kohle. Kann mir irgendwer Geld schenken? Bitte. Nur ein bisschen. Dann nehme ich dich wieder. Du bist ja eh die stärkste Waffe wahrscheinlich. Und hier geht es dann weiter. Hallo? Nein. Ach, jetzt bin ich dahinter. Dahinten ist ein Hammer oder eine Axt. Hallo? Oh, ich wollte gar nicht runter. Ich warne euch. Ich habe eine Waffe. Das sieht halt echt gefährlich aus. Do not open. Selbstschussanlage ist ja safe. Außer da oben drückt irgendwer den Knopf. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Dann. Oh, das kann man auch öffnen. Aha. Cool. Dann nehme ich mal den hier. Und werfe den weg. Und dann nehme ich den Hammer stattdessen mit. Ich hoffe nur, dass da die Typen nicht warten. Das wäre blöd. Und dann packe ich den jetzt weg. Cool. Und du kommst wieder mit. Na komm. Mein neuer bestester Freund auf der Welt. Hallo? Ist hier was? Oh oh. Oh Gott. Damit habe ich nicht gerechnet. Ah, jetzt kann ich hier lang, oder was? Oh. Scheinbar. Aktiviere dich. Ja, ja, ja. Perfekt. Da, schieß. Oder muss ich... Ich kann auch... Ich kann dich auch selber betätigen. Du bist so ein Trottel, ne? Das sind meine Feinde. Du bist jetzt auf meiner Seite. Na komm schon her. Das dauert einfach alles zehnmal länger, nur weil ich mit dem hier rumspiel. Guten Tag. Ich habe theoretisch eine Waffe. Ja, das klappt so nicht. Alter, wie ich meinen Körper hier verkrüppel. Komm. Ja, ja, ja. Gleich habe ich dich. Gleich habe ich dich. Ich bin... Geübter Schütze. Komm. Bitte. Treffe ich. Treffe ich. Irgendwann treffe ich. Ich bin... Eine Assassine. Ich bin... Och, bin ich... Bin ich gut. Ich schaffe das gleich. Da, er. Er bewegt sich. Oh oh. Ja, ja. Ich habe einmal... Nein. Verlass mich nicht. Uh. Okay. So wird das nichts. Gib mir mal den Hammer, bitte. Und? Ja, sehr schön. Er löst sich auf. Und da kommen noch weitere. Cool. Hallo. Kommst du runter? Finde ich gar nicht so fair, wie du da um... Schillst. Komm ruhig runter. Ich habe Zeitlupe an, ne? Pff. Was war das denn für ein Move? Oh nein. Der ist... Der ist absolut krank. Das ist auch ein Ninja. Der ist genauso gut wie ich. Uh. Und? Ja. Okay. Okay. Da oben ist aber was. Und das hätte ich gerne. Ja, da ist Munition. Okay. Alles klar. Kann ich bitte... Da hoch? Nein, 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 nein. Ich bin... Oh Gott. Oh Gott. Nicht, dass ich da gleich... Wo ist denn mein... Hammer? Ja, ja, ja. Ja, nein. Oh. Oh, das tut weh. Das tut weh. Alter. Okay. Es reicht. Ich kletter jetzt. Pff. Komm. Einmal bitte. Geh kaputt. Ja. Komm. Nein. Ja, ja. Mach, mach Tatsachen. Mach Tatsachen. Ich schaff das. Boah, bin ich stark. Ja, nimm's doch jetzt. Ja, danke. Und ab nach unten. So. Und da mein Freund mich im Stich gelassen hat, kannst du jetzt auch hierbleiben. Ich hab keine Lust mehr auf dich. Ich hab einen neuen Freund. Oh. Öh. Was ist das denn? Aha. Hier kann ich runter. Da kann ich ja dranspringen. Aber ich guck mich erst mal um. Hm. Naja, es bringt mir auch nichts, da hochzuklettern. Aber wenn ich da runterspringe, bin ich down. Das steht fest. Hier runter. Darf ich auch nicht? Ja, was soll das denn? Ich hab das Gefühl, ich bin falsch. Mensch, das kann doch nicht alles umsonst gewesen sein. Ach. Wenn ich den Schalter nicht gedrückt hätte, dann hätte ich da durchgekonnt. Da müsste ich die zwar besiegen, aber ich würde die Waffe da drin bekommen. Wisst ihr, es ist mir auch gar nicht wichtig, wie schnell ich hier vorankomme, solange ich und ihr Spaß dabei habt. Ein bisschen wie bei Minecraft Flucht. Da hätte man auch schon vor 100 Parts gefühlt den Enderdrachen besiegen können. Aber das haben wir auch nicht getan. Und stattdessen die Welt erkundet. Ist da noch was? Ne, okay. Dann würde ich sagen, geh ich wieder zurück? Darf ich denn jetzt hier durch? Wenn nein, warum nicht? Ah. Ups. In die Richtung. Hätte man sich denken können. Ach, ich bin gar nicht zurück. Oder doch. Doch, klar, da hinten bin ich geboren worden. Genau. Da ist meine Müllhalde. Keine Menschenseele. Ach, dann war das einfach nur eine Sequenz, die mir zeigen sollte, warum hier zwischendurch welche von denen rumliegen oder wie. Na gut, die Anlage ist auch weg. Hätte ja sein können, dass es irgendwie wiederkommt. Und hier. Aha. Oh. Oh. Nein. Was ist... Was ist das denn? Nimm's... Oh. Ich... Klatsch dich kaputt. Ach, das war gar kein Helm vorhin. Das war... Das war so ein Roboter als Oppi, Oppi. Und da oben? Kann ich mal bitte da hoch? Sehr schön. Jetzt soll ich noch gucken, was da ist. Und... Das ist so ein Raffle-Ding. Wenn ich den Hammer erstmal weglege oder eine Kiste... Ich kann ja eine Kiste holen. Stimmt. Bitte nur nicht kaputt gehen, ja? Komm. Einmal da hin. Dann lass ich dich los. Du wichst ja auch eine Tonne. Da drauf. Und... Da... Drauf, bitte. Ach komm, jetzt stell dir nicht an, ja? Gerade hast du es auch schon fast ohne die... Doofe Kiste geschafft. Was für ein Lappen. Wenn ich so mach... Halt dich doch... Halt dich doch mal fest. Dann nehm ich das hier. Das ist echt so cool. Da hoch. Ja. Jetzt da hoch. Genau. Du hast schon mal... Oh Gott! Mario gespielt. Ist denn da irgendwas? Ist da nichts? Ich versteh das Spiel nicht. Und... Welches legendäre Item erwartet mich darin? Oh, lol. Okay, das ist wirklich sinnvoll. Tja. Damit hab ich grad nicht gerechnet, dass da noch irgendwas drin ist. Hat sich doch gelohnt. Ja komm, öffne... Öffne die Tür. Der... Hä? Es geht einfach nicht auf. Die bewegt sich zwar leicht, aber da fehlt der Schlüssel. Obwohl der da drin steckte. Gut, dass ich gerade da noch rumgeturnt bin. Geht doch. Dann nehm ich dich auch wieder. Und... Mache das wieder nach oben. Genau. Da kommt... Hä? Als ob... Ah, doch, 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 doch. Okay. Von da... Da hoch. Und das war's dann. Und da waren noch zwei Schussanlagen. Ist dann eine ausgerastet und hat sich irgendwie selber zerstört? Aber wie komm ich da rein, ohne Schaden zu nehmen? Ich brauch wieder einen Fass oder sowas. So, man könnte jetzt das hier verwenden. Aber... Mit dem Wagen finde ich das irgendwie ein bisschen doof. Ja, da muss ich... Das beim runterreißen. Geht das so? Klappt das? Sollte ja mit der Axt gehen, ne? Nee, natürlich nicht. Ah, schade. Komm schon. Irgendwie kriege ich euch doch voneinander getrennt. Nee, er hat einfach keinen Bock. Was soll's. Kann er das gesamte Ding tragen, oder? Ah, ist ein bisschen schwer. Dann nehm ich echt doch das Fass. Falls ich das da rausbekomme. Nee, wahrscheinlich auch nicht. Ach, da ist doch so ein Teil. Ah! Dann grabbe ich mir wieder die Mitte. Und dann am besten ruhig halten. Aber ich glaube, das geht nicht durch die Bewegung. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Eigentlich... Hätte ich gar keinen Schaden bekommen dürfen. Und da der hinten einen toten Winkel hat, hab ich's ja eigentlich geschafft. Ja. Lass dir Zeit. Ich weiß ja ganz genau, wie du funktionierst. Komm her, mein Freund, ne? Ich hab schon viele von dir kennengelernt. Sehr nett. Da. Bitte. Bitte spiel. Bitte. Ey. Das... Das kannst du mir doch nicht erzählen. Nein. Wisst ihr, Leute? Ich hab mir nichts davon angeguckt. Gar nichts. Und ich glaube, ich hätte von Anfang an schon ne Waffe haben können. Von der ersten Sekunde an. Aber dann wär's auch... Dann wär das alles nicht passiert. Also ich bin echt froh. Was da wohl drin ist? Kann man das irgendwie... Oh. Kann ich hier klettern? Als ob. Ach so. Oh. Pff. So geht's natürlich auch. Na gut, dass ich so sportlich bin. Na komm. Das schaff ich doch ganz locker easy. Oh. Das ist aber ein bisschen wobblig hier. Kann ich bitte... Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Geht das? Darf ich? Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Alles gut, alles gut. Bitte einmal... Nein, 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 nein. Uh. Da hoch. Ja. Ich bin noch ein neuer Kletterer. Also ich muss noch ein bisschen üben. Okay. Sehr schön. Ja, ja, ja. Ich bin oben. Das dann runterwerfen. Und... Nichts bekommen. Aber ich mach das ja auch für die Erfahrung. Warum ist hier alles so wobblig? Ah, lol. Als ob. Da ist halt wirklich noch was. Ja, ja, ja. Ich hab das Rohr. Ich hab das Rohr. Alter. Cool. Also das ist wirklich richtig cool. Kannst du bitte kaputt gehen? Nein. Oh. Es ist scheinbar kaputt gegangen. Aber... Ich hab wieder genau das selbe Problem wie eben. Ich bin irgendwie da in den Container reingeraten und jetzt ist das Spiel abgestürzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und? Wenn meine Sachen noch da sind, hat er irgendwann mal gespeichert. Wenn nicht, dann... Nicht. Dann bewertet den Part, schaut noch in die Videobeschreibung. Da sind ganz viele tolle Sachen verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.